Dann hätte ich den letzten Stern bekommen. Kacke, ich hatte nur noch drei. Von sechs Marius ist einer, sind ja, drei gestorben, leider. Es tut mir leid, Mario. Da, guck mal, da ist Prinzessin Peach. Die kann man nämlich auch hinnehmen, Prinzessin Peach. Ah da. Weil jeder Charakter hat nämlich andere Fähigkeiten, ne? Oh, das letzte Level schon noch ein Word 3, Alter. Und eine Slot Machine. Die gönnen wir uns natürlich. So. Okay, es scheint fünf Welten zu geben. Mal sehen, das müssen wir auskundschaften. Okay, da habe ich jetzt einfach nur ganz sporadisch. Oh, es gibt sogar die Bumerang Pflanze. Damit kann man denn die ganze Zeit Bumerang schießen. Oh, sehr geil. Habe ich nämlich schon mal gesehen. Die habe ich schon mal gesehen, Leute. Gut, dann wollen wir mal gegen diesen Bowser Knösch. Hat du jetzt Feierabend gemacht? Ach so, du hast jetzt erst Feierabend, okay. Du hast noch ein natürliches Leben, ne? Oh. Hä? Du musst doch morgen arbeiten. Ja. Sind die dumm oder so? Du hast dich doch ja nicht krank gemeldet. Du hast doch ja nicht angerufen. Kommen die denn noch so ein Schnuller? Ah, guck mal. Prinzessin Peach kann fliegen. Äh. Mit ihrem Rock. Mit diesem Rock fliegen. Da die kann fliegen. Oh, ich kann schießen. Oh ja. Cool. Das ist ja witzig. Ich kann ballern. Das ist ja cool. Oh, guck mal. Ich kann ballern. ausschießen nein nein prinzessin heiße ich habe den sternen verballert die kann nicht hauen oder so oder ich kann nichts machen nun ist eh vorbei ach komm schon hier hätte ich kaputt machen können da wäre wahrscheinlich noch ein stern gewesen es gibt stunden wie heißt dieser kooper typ alter alter ach unsichtbar jetzt machen wir ihn auf unsichtbar du nacken ich weiß gar nicht wie der heißt ja die haben auf alle fälle alle namen die kooper oder die bausers das war auch recht einfach das ging ja sogar schneller als dieser richtige bauser und das bei stundenlohn du kriegst also du kriegst halt lohn ja aber dann ist es doch immer gleich oder nicht durch diesen rock ist ganz witzig ne kann sie fliehen ach ja so ist das alles die prinzessin ist ganz cool aber die hat halt echt nur eine fähigkeit und das ist das halt wo sie länger in der luft bleibt ne alles andere ist halt echt ähm naja und sie müsste wahrscheinlich ein rosa netz katzen kostüm an haben denke ich mal Sumba setz dich auf deine decke setz dich ab alter ich kau den gleich tot gibt es ja gar nicht oh ein Eislevel uiuiuiui Eislevel dann müsste es noch so ein riesenlevel geben jedenfalls gab es früher immer ein riesenlevel wo alles riesig waren bei festgehalten hast du jeden monat das gleiche wenn man da eine stunde länger arbeit bekommt man die nicht extra ja das meine ich ja du hast immer das gleiche so wie bei mir ich habe ja auch immer das gleiche egal ob ich jetzt weniger stunden arbeite oder halt nicht ich kriege halt immer das gleiche ne wenn ich mehrere stunden mache dann kommen die halt auch meinen über stunden zeit konto auf rost der schneemann da kannst du nicht rum war ach man ach man eigentlich hier rauf weg mit dem scheiße ich habe nicht immer das gleiche achso ja dann hast du doch keinen lohn dann hast du doch gehalt ja oh nein ach guck mal der kleine kann ist ja witzig WAS boah da war ein Koopa Koopaling 22 Leben haben wir schon Leute das ist gut das ist eine schnee man aha nein ich muss immer sein face treffen dahinter war hier irgendwas ich habe doch irgendwas gesehen ha was ist das denn was ist das denn für ein ding Alter kann man fliegen mit das ist ja witzig was ist das denn das ist ja cool wiii 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 ok das war ein bisschen dumm wiii 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 das war ein schlittschuh ist das geil guck doch mal an Leute das ist doch witzig oder wiii kann man um die kuchenbrezeln wiii ist das cool uiuii wiii man darf natürlich nicht hinfallen ne ist wie im echten Leben achso ach komm ey echt ey ich bin so ein trottel ne ja so ist ja stundenlohn ist da gesagt ach neko news Ach echt jetzt, boah die sind schneller ne, die sind zu schnell, mit ihren scheiß Käseschlutzungen Hey, du bist süß, Mensch Paddyboy, wie sollst du nicht immer so was schreiben, Digga, hm? Denken nur alle du bist homo, du bist homo phob. Ja, ich hab gehört, ich hab immer das, ähm, ich hab immer das gleiche. Was haben wir erzählt? So, jetzt haben wir den Schlitzschuh. Oh, gerade so. Oh, das ist das Blatt, guck mal. Das ist das Blatt. Da haben, da sind wir Waschbär wieder. Mit nem Waschbär können wir fliegen. Als Waschbär können wir fliegen, Alter. Als Waschbär können wir fliegen, das ist mega. Das kennt man natürlich auch aus Super Mario 3. Das war, glaub ich, das erste Mal, dass man, dass man das dort konnte. Kann ich das auch? Ich will diesen Scheiß Schlitzschuh nicht mehr. Hier. Dann kann er mich. Oh nein. Oh nein. Oh, wegen diesen Scheiß, wegen diesen Scheiß Hasen. Die sind Kacker. Ahaha, nix da, weg mit dir, nix da. was sagt der kochen loch ist noch ich werde mich bestimmt nicht auf ich habe nichts gegen homies aber das ist nun gar nicht mein metier die in schneemann anbad so war ja die zeit die zweite zeit runden schnell den stempel dann gehen wir weiter zack hierin hast du ja nicht verstanden ich wurde gerade so ist doch nur der schwule der sich drücken lässt und jetzt sich drücken lässt ist der schwule nicht der drücker sondern der sich drücken lässt so ist das wo ist tentakel war schon ewig nicht mehr hier den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen ich weiß gar nicht ob der überhaupt noch irgendwas streamt oder sowas keine ahnung hat den hab ich schon ewig nicht mehr gesehen muss ich dir sagen den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen ach man kann direkt okay man kann direkt dann auf diese andere welt okay alles klar goodie ja wir haben 30 sterne wir haben mehr als genug sterne am start am schizzeln kenne ich nicht mal ja siehst du weil der war ich glaube der war die der kam das erste mal als ich ich glaube marvel gestreamt habe marvel glaube ich ne der marvel adventure da kam der das erste mal und seitdem habe ich den nie wieder gesehen hier aber es bringt nichts wenn man mit dem arsch zur wand schlägt sein maul offen hat wenn der mund offen ist dann ist trotzdem schlechter der war bei dir heute im stream was hast du denn gestreamt heute so ich glaube das ist ein geisterhaus ne sind lauter geister und so weiter das kann natürlich sehr witzig werden mit dem geister wir wissen ja die geister muss man immer angucken dass sie halt nicht weitergehen oder dass sie nicht auch dazukommen die muss man halt immer anschauen dann kriegen wir das mal blöd da ist wieder so ein zeitcaller das ist halt echt blöd oder kommen was ist das denn warum kann ich nicht warum kann ich mich eigentlich nicht okay da muss ich hoch springen ich habe es geschafft aber und das sind diese dinge dass die waren richtig schlimm bei dem alten super mario das war so schlimm genau das war auch das war auch in dieser dieser optik ne wo es halt nach links und rechts geht das war so mega scheiße ja das war aber es mega cool gemacht trotzdem ja obwohl es halt so schnell mal durch und wieder hoch siehst du hier brauchen wir die katzenmacht katzenmacht brauchen wir immer diese katzenmacht da kommen wir nicht hoch da kommen wir nicht hoch da müssen wir haben wir nicht hoch da kommen wir nicht hoch da kommen wir nicht hoch da kommen wir nicht hoch da war ich doch gut cooles game ist doch nur ein bockwurst mit so sahne soße schönes game super mario war kindheit ja super mario war mega kindheit mäßig hud habe ich schon gesehen sieht auch sehr geil aus jetzt kann man ja zu viert spielen ist alles so ein bisschen mit robin hood und so verbunden da klaut man ja wohl dinge und sowas hier brauchen wir die katzenfähigkeit dann können wir nämlich hier hochdrehen und dann können wir nämlich da hoch so haben wir halt nämlich gar nichts hier ha 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 trotzdem hochgeschäumt ohne die katzenfähigkeit ich brauche die nicht dinge ich habe pro skills ja hud habe ich gesehen sah sehr interessant aus aber es hat noch einige bugs gehabt habe ich gesehen also da hat noch alles nicht so richtig funktioniert ja mit morder schatten hat das finde gar nichts zu tun es geht ja hauptsächlich darum dass du zu viert halt diesen schatz raubst aus dieser burg das was natürlich robin hood auch immer gemacht hat er hatte immer von den reichen geklaut und hat immer das den arm gegeben und im grunde ist das auch so ein bisschen du musst halt genau wie assassin creep sehr viel schleichen das musst du auf alle fälle machen damit sie dich halt nicht entdecken und so weiter so hier ist das mit den geistern was ich gesagt habe ja schön immer angucken aber auch sehr schön designt muss ich sagen schön designt gefällt mir gefällt mir gefällt mir mega sehr geil geht da in sie sein muss ich sagen top du sollst den angucken die musik passt halt nicht die musik war ein bisschen anders glaube ich immer oh nun gönnt dir doch diesen typ da Hast fast alle Charaktere auf Maximum? Digga, was wirst du für eine Sucht hier, Alter? Ist doch unnormal. Ich habe heute auch einen gesehen, der war Stufe 40, aber ich weiß nicht, ob das das Maximum ist. Was ist denn das Maximum bei dem Game? Ja, man kann natürlich nicht. Weg mit dir. Nein, das waren Geister. Oh, die haben mich verarscht. Die Arschbande, die hat mich verarscht. Die haben mich verarscht. Das gibt es ja gar nicht, diese scheiß Drecksgeister. Ab Rimmel, die Luke. Ja, macht süchtig. Ich bin Gesamt Level 72. Ach du Scheiße. Du hast echt kein Leben, oder? Kann das Sinn? Ach, wieder nur Geister. Diese Bande, ne? In jedem Charakter kannst du einzeln leveln bis 10. Ah, okay. Aber ich habe jemanden gesehen, der war Stufe 40. Ach so! Ach, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Alles gut. Jeder Charakter geht einzeln nur auf Level 10, aber dein Profil kann halt bis 72. Was? Oh, cool. Das ist ja auch eine geile Thematik. So, das muss aber echt sein jetzt. Nein. Aber, auch wenn es nicht echt war, es gab einen grünen. Mhm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.